Warum Gewinner mehrfach siegen? Sehen Sie nun Miriam Welte. Was war ihre bisher größte Herausforderung und wie hat sie diese gemeistert? Das war, nachdem ich 2005 gestürzt bin und eine schwere Verletzung hatte. Da war mir nicht klar, oder für mich war nicht klar, wie ich weitermache, ob ich mit dem Radsport weitermache und wie es weitergeht. Aber ich habe fest daran geglaubt, dass ich irgendwann mal bei den Olympischen Spielen dabei sein kann und dieses Erlebnis erleben kann, Olympia als Sportlerin. Das war für mich Kraft genug und Kampfgeist genug, mit dem Sport weiterzumachen und Motivation. Ich habe es geschafft und ich bin unglaublich stolz drauf.